Hallo und willkommen zum ersten von zwei Teilen zum Thema Architekturskizzen in Perspektive. Perspektive ist auch das Stichwort für die aktuelle Abstimmung. Es geht darum, welches Top-Thema in dem Kapitel Perspektive. Ihr wisst, mit dem EMF Verlag und mit euch produzieren wir das aktuelle neue Buch und mehr dazu auf dem Tab-Community. Und wer von euch nicht so lange warten möchte und dieses Buch noch nicht kennt, gerne auch dieses jetzt auch einfach mitbestellen. Und hier geht es auch schon sofort los zum Papier. Wir scribbeln als erstes die Linie, die uns so ein bisschen die Horizontlinie widerspiegelt und scribbeln Stück für Stück das Gebäude auf. Natürlich auch hier Rundungen sind rund, die bleiben dann auch rund und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass das die Rundung oberhalb der Horizontlinie ist, was auch Sinn macht, dann würde man das genau so sehen, dass die praktisch den Bogen nach oben schlägt. Das ist wichtig, weil wir natürlich jetzt auf einen Kreis von oben schauen, ist die Ellipse zu uns offen, nach oben hin geschlossen und das ist wichtig, weil es immer wieder vorkommt, dass perspektivisch so etwas falsch in Kursen gemacht wird. Und noch mal ganz kurz zur Abstimmung. Da geht es wieder mal um vier Themen rund um Perspektive. Ihr entscheidet bitte, welches Top-Thema das am Ende werden soll, was euch am meisten rund um Perspektive interessiert. Wir freuen uns auf eure Abstimmung und hoffen, ihr stimmt kräftig ab. So und hier haben wir schon so die einzelnen Linien, die uns so ein bisschen die Fensterverläufe geben, aufskizziert alles auf die Perspektive auf den zweiten Fluchtpunkt rechts ausgerichtet und dann geht es auch hier aufbauend oben weiter. Also das entscheidende ist natürlich auch der lockere Strich. Ihr seht es, mit wenig Aufwand lässt sich das die Rundung schnell andeuten. Hier kommen dann die kleinen Fenster oben im Turm und das Ganze immer leicht vorgezeichnet. Mit einem dynamischen Strich, das ist das, was dabei wichtig ist, dabei wichtig ist, dass ihr nicht zu vorsichtig zeichnet, nicht so Stück für Stück, sondern einfach den Bleistift zügig übers Papier zieht oder den Fineliner-Kugelschreiber, womit ihr auch gerne skizziert und das Ganze leicht ausarbeitet. Das Ganze dann auf den Punkt, den haben wir jetzt den linken relativ sichtbar im Bild, da wird das Ganze ausgerichtet und der zweite Punkt, damit wir auch wirklich diese Ferne hinbekommen, ist ganz weit rechts. Perspektivisch lassen sich natürlich auch sehr schöne Skizzen erzeugen. Man kann natürlich ganz perspektivisch auch das Gebäude aufwerten, indem verschiedene Kleinigkeiten drumherum, wie Bäume, Wiese, andere Gebäude drumherum, Wege mitgestaltet werden. Das ist das, was wir im zweiten Teil euch zeigen. Da geht es dann mal um die farbige Ausarbeitung und die Visualisierung von Elementen um die Zeichnung herum. So, und auch jetzt hier. Dann nochmal die Fenster, wenn man sieht. Das Ganze auch leicht vorgezeichnet. Und immer wieder mit dem schnellen Strich Strich Die Sachen hier aufgezeichnet. Bei der Schraffur ist das natürlich auch immer spannend, dass die Linie mit der Fluchtpunktrichtung verläuft. Da müsst ihr auch darauf achten. Das sieht man so ein bisschen am Dach gleich. Und hier so die kleinen Details, Fenster und so weiter, das immer wieder mit einbeziehen. So, dann hier. Auch die Schraffur zum Fluchtpunkt durch, Fenster, immer wenn es geht, dunkel skizzieren. Und ihr seht, mit wenig Aufwand lässt sich das Ganze mal ein bisschen gestalten. Und was man natürlich alles perspektivisch noch machen kann, könnt ihr euch vorstellen, ihr habt die Möglichkeit zum Beispiel eine Dreipunkt-Perspektive etwas zu skizzieren oder mit einem Punkt als Zentralpunkt-Perspektive. Die meistgestellte Frage in solchen Skizzen ist, wie finde ich die Fluchtpunkte, wo erkenne ich die und wo ist der Horizont? Was kann ich mit dem Horizont alles bewirken? Das sind auch genau die Punkte, die ihr mit abstimmen könnt, bei denen ihr abstimmen könnt. Und entscheidet, was euch am meisten interessiert, wie gesagt, im Community-Tab könnt ihr das Ganze mitbestimmen. So, und auch hier perspektivisch das Ganze weiter. Man sieht schon in der Ferne, so ganz leicht, die angedeutete Fassade, so ein bisschen das Licht, die Bögen. Das ist natürlich alles ein bisschen zeitaufwendig, etwas zu zeichnen, vor allem wenn es größer ist, so wie jetzt diese Skizze. Aber es macht einfach wahnsinnig Spaß. Da müsst ihr einfach nur die perspektivischen Regeln befolgen und daran denken, wenig zu radieren, kein Lineal benutzen. Deshalb ist der Finline eigentlich ein wunderbares Werkzeug für so etwas. Falls ihr das Ganze auch lernen möchtet oder womöglich euch für Kurse interessiert, wo ihr das Ganze zeichnen lernen könnt, auch für ein Studium vorbereitend oder berufsbegleitend, dann seid ihr herzlich eingeladen, mal bei uns vorbeizuschauen. Ruft uns an, schaut auf unserer Seite. Da findet ihr alle Informationen rund um solche Skizzenzeichnung und Zeichenkurse. So, dann auch hier die Linien ganz leicht durchgezogen. Um hier nochmal die Fensterstruktur mit anzudeuten. Hier auch ganz leicht. Und mit ganz schnellem, feinem Strich nochmal so die Fassade, also praktisch diesen Vorsprung, den Balkon mit aufgeskizziert. Und achtet darauf, dass die Fenster immer untereinander verlaufen. Das ist extrem wichtig, dass sie euch nicht kippen. Also das solltet ihr ganz wichtig mitsehen. Und dann einfach locker skizzierend. So, hier auch die Tiefe oben ganz leicht. Und wie es dann weitergeht, wie die Skizze natürlich noch mehr an Spannung, Tiefe bekommt, und wie sie aufgewertet wird mit ein bisschen Farbe. Und den vorderen Beispiel sieht ihr jetzt hier. Jetzt hier haben wir auf. Und so ist der aktuelle Stand. So geht es dann weiter und das Ganze morgen schon. Und natürlich, wie ihr möchtet, Tipps und Tricks zum Zeichnen auf unseren URLs, Mappenvorbereitungskurs oder akademieho.de. Wir freuen uns auf euren Anruf, Kontaktaufnahme. Bis bald, euer Akademieho-Team.